So, fließe jetzt alles schön runter. Fließen wir einfach mal mit. Oh, schade geht nicht. Das ist ja total. Das dürfen die doch gar nicht. So, jetzt haben wir ein paar mehr Setzlinge. Oder muss ich das noch ein tiefer setzen? Ne, ich glaube nicht. So. Das gibt gut Essen, ja. Selbstversorger sind wir. Wir kaufen nicht im Laden, wir versorgen uns einfach selbst. Ist sogar kostengünstiger. So. Die kaputten Dinger hier auch nochmal. Die es ja an jeder Stelle gibt. So. Au, schade. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, Redstone Repeater. Aber ich glaube, wir haben gar keine Kohle mehr, soweit ich mich entsinnen kann. Wir haben doch erst so viel geholt, verdammt. Ach ja, hier doch. Haha. Genau, hier ab in den Ofen damit. Nech. Drei Stück. Der Rest der Kohle kommt da rein. Stein. Stock. Kommt mit. Knochenmehl. Zaun bleibt bei uns. Schwarz, Pulver, Knochen, Sand. Äh. Oh, wir haben noch viel mehr Samen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Schiefe. Muss ich gleich machen. Äh. Frottes Fleisch. Sätzling. Erde, Erde, Erde. Äh. Ja. Passt. So muss das. Ne, das ist das Falsche. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja hier an die Box ran. Und die Musikbox. Techno Bitch. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ich könnte irgendwie irgendwas mit. Dubstep könnte ich bestimmt machen, ne. So mit meiner eigenen Stimme. Wird bestimmt voll cool kommen. Oh. Es ist schon wieder Nacht, Alter. Da geht viel zu schnell die Zeit. Nehmen auch schon hier wieder fast eine Stunde auf. Und das kommt mir so vor, als wären es 10 Minuten. Okay, 10 Minuten sind untertrieben. Sagen wir mal, halbe Stunde. Oh, fuck. Nein. Boah. Stirb, du Ehenentiger. Was? Ah. Los. Ah. Heiliger Bim Bam. Huiuiui. So. So muss das aussehen. Bisschen Bug fixen hier. Bug fixen. Heihihi. Ihh. Hat fixen gesagt. Ihh. Achjogottchen. Oh, noch ein Creeper. Ja, hallo Creeperchen. Ja, hallo. Ja. Ja, du kriegst natürlich. Ja. Du kannst auch so viele Pfeile, wie du willst, in deine innen dinge Fresse kriegen. So, Mann, Mann, Mann Nein Das gibt's nicht, verdammt Na, okay, zum Glück ist unsere Konstruktion einigermaßen heile geblieben Also, Nachtsarbeiten ist hart Muss man schon sagen, ne, also Das ist nicht ohne Aber wir kriegen das ja hin Wir sind ja hier noch jung Nusspüree mit Dill Kleine Eselbrücke NPD So lobt sich das Ah, ne, das kommt jetzt hier mal unten hin Darin auch Dann müssen wir sowieso ran Was brauchen wir denn da haben die Oh Muss ich hier nur, ähm, überall Wasser reinmachen Oh, da hinten ist ein Skelett Das sollte treffen Ne, das trifft Haha, haha Ja, komm schon, Skelett Ganz schöne Jäger sind wir Naja Selbstversorger Warte mal Ein theoretisch müsste das doch hier Sich dann ergänzen Ja, genau Perfekt, jo So, dann kommt hier dann Ähm, die mach ich nochmal weg Moment schon So Genau So gehört sich das Dann müssen wir jetzt hier vorne nochmal eben das mit dem Hier machen Mit den Dingen, das Mit den Zäunen Und eventuell noch die Leitung hier rein verlegen So Zaun Da bräuchte man dann Ach Ne, das passt schon Dat passt schon Dat ist kein Problem Müssen wir hier jetzt das mal eben wegmachen Ich will das dann doch noch ein wenig tiefer setzen Huch, das ist jetzt gelät Na, komm schon Her Komm her Komm, komm Oh ja Oh Gib's mir hart, baby Machen wir das nämlich hier in dieser Höhe Dingens, Krams Oder eher gesagt in dieser Tiefe Das ist dann nämlich besser Dann kommen wir nämlich auch unter unserem Haus durch So, dann muss ich hier eben weg Haben wir überhaupt eine Spitzhacke? Nein, na doch Haben wir da oben Was sagen Hier Haben wir eigentlich immer eine mit Hier So Hier so weiter Lassen wir mich hier immer eben hoch Irgendwie buddeln So Äh, so Und wenn wir dann jetzt von Drinnen Wann mal, das Können wir auch mal eben so machen Da unterbrechen wir da einfach mal eben die Leitung an einer bestimmten Stelle So Schauen wir mal eben von drinnen Wenn wir das jetzt hier Das sieht man gar nicht, ne? Na egal Müssen wir halt eben gleich rauslaufen Wenn man jetzt hier das Ding ran macht So So Das läuft schon mal nicht Das auch nicht Dann machen wir das anders Kommt hier Er drauf So Zack Und jetzt müsste das rein theoretisch funktionieren Was sage ich Läuft irgendwo jemand? Irgendwas? Irgendwas? Biest Läuft da Äh Wie machen wir das hier denn jetzt? Äh Das ist ein bisschen doof Ähm Oh scheiße Hello Creeper Ähm 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 Nicht an unserem Haus Verdammt Oh Wir haben nicht mehr viele Pfeile hier Shit Wie machen wir das hier jetzt? Och Jo Da kommt dann auch noch ne Spinne an Hier So ist dat fein So lobt sich dat Sieht das aus? Na jetzt sieht auch scheiße aus Dann lassen wir das doch nicht nach drinnen laufen Sondern machen Hier irgendwie so ein Podest Dingens Kram Geht das hier halt ein bisschen runter So Regen Ihhh Wie eklig ist das denn? Bah Äh Das kommt hier wieder zu Wie mach ich das jetzt? Aber ich mach den hier mal eben wegen den Testzwecken weg So Du oller Lefer Komm in mein Inventar Oh Das ist laut Alter So Warte mal Den lassen wir Der führt dann da so lang Dann kommt hier jetzt Das Ding drauf Ne Leuchten tut's nicht Hm Boah Wie machen wir das? Das ist ne gute Idee Äh Oder gute Frage Sagen wir mal so Hm So Da der Schalter ran Boah Das ist echt grad schwierig Weil wir können hier Außenrum Fällt mir gerade so ein So ne Enzweigung bauen Dass der dann von hier so hoch geht Ach ne Das bringt's ja auch nicht ne Ne Das ist ja totaler Quatsch Was ich da jetzt gemacht hab Äh Boah Wie machen wir das? Ach wisst ihr wat Machen wir das jetzt einfach so Wie wir es vorhin gemacht hatten Einfach So ein hässliches Gedöns Hier auf dem Boden Klatschen Neben unserem Haus Und dann Passt dat Äh Moment So Jo Wunderbar Läuft wie geschmiert Ich wollte eigentlich was schöneres machen Aber Wenn das nicht geht Naja Sagen wir mal so Ich bin zu doof Für Redstone Also für einfache Sachen reicht's Man könnte auch so ein Ne Das mein ich So Wenn das regnet Dass man da so Das dann wegfahren lässt Mit Kolben Das Dach Das wär auch was Aber Das wär zu kompliziert Da müsste ich mich vorher auch mit beschäftigen Na gut Dann kann das ja weiter wachsen Hier Dann kann das ja hoping Und dann Luther Ja Das Jan Jan Untertitelung des ZDF, 2020